Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute State of Decay Breakdown. Da sind meine Läufer unterwegs. Wir fordern wieder Baum. Ah gut, der ist müde. Da werden wir mal wechseln. Zu dem da. Und werden den gleich ausrüsten. Wie sieht's aus hier? Was ist mit dir? Was hast du? Was kannst du? Du kannst gar nichts. Das ist viel. Das ist viel. Ja, der hat nicht mal einen Rucksack. Den müssen wir ordentlich ausrüsten. Das gehen wir zurück. Ein Baseballer Holzschläger. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Ja, irgendeinen Rucksack nehmen wir. Waffen. Wenn's geht, ne Pumpgun. Aber werde ich nicht haben. Pistolen habe ich ja unendlich, kann ich sagen. Nehmen wir das hier. LMG. 5,56er Patronen. Das haut rein. Komm. Lad. Nachgeladen ist. Ja, das ist das, wo ich so viel Munition brauche. Okay, okay, okay. Das heißt, bitte ihr sucht mir wieder Baumarkt. Was ist das? Ah. Überleben, wir können auch anfordern. Baumaterialien bitte. Ich habe übrigens sehr, sehr wenig Einfluss. Ich habe fast gar keinen Einfluss mehr. Ich kann nicht mal Medikamente hier mitnehmen wahrscheinlich. Gut, das geht noch. Ja, das geht sich noch aus. Wir müssen dringend Einfluss kriegen. Einfluss kriegen wir, indem wir was erledigen. Hier sind unsere Läufer unterwegs. Der wird belagert. Eine Zombiejagd fordern die. Ich würde sagen, wir machen mal diese Stadt hier fertig und holen etwas Material zu uns. Das ist nicht so weit. Das kann man auf die Schnelle machen. Zu Fuß mit Sicherheit nicht. Kommt einer mit? Kommst du mit? Oh. Der kommt mit? Geil. Okay, okay. Dann gehen wir. Wir managen das schon gemeinsam. Wenn es nicht läuft, Bäm. Habe ich die Wumme hier. Wir werden mal ein paar Sachen wieder abstauben. Nehmen wir mal diese Mistkarre hier. Das reicht. Oh, alles klar. Rässliche Zombies. Geh von meiner Karre runter, du Pissen, Elke. Oh, ist er. Überfahren? Ne. Sag mal. Dreckszombie. Wow, wow, wow. Ich dachte, da können wir durch. Können wir nicht. So, die bringen etwas nach Hause. Das ist super. Ich finde es nur schade, bei der Eskorte muss man zu Fuß gehen. Also, die kommen nicht mit, wenn ich fahre. Steigen die nicht ein. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber, ja, ist halt so, ne? Oh, hier sind ein Haufen Zombies. Hier war ich schon am Anfang und trotzdem wird mir hier angezeigt, dass ich es nicht komplett durchsucht habe. Also, da bin ich neugierig, ob man da noch was finden. Ich glaube nicht. Oh, da springt er nicht mal durchs Fenster hier. Okay. Es zählt original, als noch nicht durchsucht, obwohl wir hier schon waren. Also, das wundert mich jetzt wirklich. Da ist auch nichts. Will irgendwie rein, oder was? Ah, Ruhe ist hier. Dann gucken wir... Oh. In die Fresse. Hey, what a jump. So, da draußen soll angeblich noch was sein. Gut. Hier, ich sehe nichts. Guck mal hier. Boah, das leckt. Was ist denn da los? Kann man so lecken. What? Ich höre einen Zombie. Da ist nichts. Da ist nur ein Spiegel. Draußen sind Zombies. Hier ist auch nichts. Wo bitte soll hier was sein, bitte? Verstehe ich nicht ganz. Hier ist gar nichts, aber es soll was da sein. Da drin, oder was? Geh mal weg da. Hier? Ne, ist auch nichts. Ja, das ist eine falsche Anzeige. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil rauf geht es auch nicht. Hallo, Zombie. Fress meinen Baseballer. Und mein Knie. Also hier gibt es nichts. Ein Zombie spielt mit meinem Auto. Das geht schon mal gar nicht. Komm. Dann schnappen wir uns. Geh von meiner Karre weg, du hässlicher. Gut, das haben wir erledigt. Es wird nicht abgehakt. Warum auch immer. Na komm, wir fahren. So leckt es so derbe. Das sind solche Mini-Lex. Das zeigt es mir nicht mal an. Frames habe ich genug. Verstehe ich nicht recht, aber okay. So, wir sollen hier... Oh. Der ist gefährlich. Gut, dass wir den weg haben. Oh, hier sind schon einige Zunge. Ah, da vorne gibt es was zu tun. Das werden wir dann gleich machen. Oh. Da kann man jemandem helfen. Ist das nicht unser Läufer? Ne, ist jemand der andere. Den helfen wir schnell. So. Die Bude durchsuchen wir. Das sieht gut aus. Wo wollen die rein? Oh. Das ist mein Kumpel in Ruhe. Hier gibt es sicher was. Hey. Du Sohn. Von hinten. Boah. Hab mich wieder erschreckt. Du Wechser. So, ein Homo. Wir essen Medikamente. Schauen uns hier um. Hier gibt es aber gar nichts irgendwie. Außer so einen schieren fetten... ...Zombie. So, hier ist nichts. Hinten können wir uns noch umsehen. Gehen wir auf die Seite, bitte. Äh... Da müsste noch ein Raum sein. Da irgendwie. Ja, oder ein Haus. Nicht ein Raum. Weißt du was? Ja. Es ist Tag. Da kann man super abfarmen hier. Alle möglichen Materialien. Äh... Hier ist gar nichts. Und hier ist etwas. Schauen wir mal, was wir hier finden. Vielleicht sogar Waffen. Versuchen wir möglichst leise zu sein. Nur ein bisschen zu beschleunigen. Und wir haben was gefunden. Nämlich Waffen. Yeah. Also Munition, genauer gesagt. So... Da drüben waren wir schon. Da ist alles Roger. Da hinten ist eine Zombieherde. Die werden wir mal überfahren. Komm, schwind, geh rein. Was ist eigentlich... Warte mal, Leute. Warte mal. Äh... Was ist eigentlich mit dem? Der kommt nicht mit, oder wie? Wo ist er? Hier. Was ist mit dir? Na, komm zu uns, genau. Wieso leckt das so? Ey, das nervt, Leute. Solche Lecks, ey. Seht ihr das? Auf einmal, bam, schaust du in irgendeine Richtung. So was kann nerven. So, hier ist nichts. Das haben wir. Oh, spring nicht raus. Ja. Scheiß auf den Zombie hier. Wir wollen ja abhauen und nicht übernachten. So, rein da jetzt, bevor die Horde da kommt. Die werden wir jetzt gemütlich überfahren. Alle rein. Mein Kumpel ist weg. Dummerweise. Die haben wir schön erwischt. Wirklich schön. Die hüpfen schon aus dem Fenster, die Zombies. Komm, geh runter von meinem Auto. Gut, dann fahren wir Homes wieder um. Die Frage ist nur, wo ist das? Das müssen wir markieren. Da will er hin. Und später werden wir wieder hier hinfahren und weiter abfarmen. Wir brauchen Baumaterialien, weil sonst sieht es schlecht aus mit unserem Wohnmobil. Die haben wir schön abgeräumt. Alle neun sozusagen. Wir müssen da wieder rüber Richtung unserer Basis. So, zack, die nehmen wir aufs Korn. Oh, das war ein stinker. Scheiße. Er hat uns die Karre jetzt verstunken. Wenn die Karre stinkt, dann, ja, verlieren wir Leben, Ausdauer, alles mögliche. Das ist scheiße. Aber wir nehmen einfach eine Medizin und das sollte er hinhauen dann. So, einmal Medizin. Okay, I'm free and clear. See you soon. Wir haben wieder jemanden dazubekommen. Jetzt müssen wir gleich zwölf sein. Super. Yeah. Gibt auch ein bisschen Einfluss natürlich. Optimal. Und Munition. Ne, Baumaterialien waren das, oder was? Geil. Die brauchen wir eh dringend, Leute. Die brauchen wir eh dringend. Oder war das doch Munition? Hm. Keine Ahnung. Ich sah hier Baumaterialien. Aber egal, wir haben Munition. Kommt jemand mit? Naja, ich fahre alleine. Sehr egal. Ich bin ein großer. Ich schaff's alleine. So, gut, meine Karre. Die super dreckige Karre. Das ist, glaube ich, der stinkendste Pickup überhaupt. Aber egal, er fährt, ne? Und weiter geht's. Wir brauchen mehr Baumaterialien und überhaupt Sachen. Es wird langsam dunkel, kommt mir vor. Eine Runde geht sich nicht aus. Ähm, helllichten Tag. Sie hat Materialien gefunden. Und wo? Am Arsch der Welt. Ja. Ja, gut, wir werden das jetzt aber trotzdem hier fertig machen. Das ist fertig. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht markiert wird. Wir gehen zu diesem Haus hier. Und durchsuchen mal die Bude. Du warst ein hässlicher Zombie. Da geradeaus ist es schon. Diese Hütte hier ist es. Parken wir schön davor. Und los geht's. Der Zombie hier möchte uns begrüßen. Wir begrüßen ihn mit Schlägen. Denn er verdient es. Weil er hässlich ist. Set mal erledigt. Thema hässliche Zombies. Und jetzt durchsuchen wir hier die Bude. Mal sehen, wie ein Zombie. Schön leise sein. Oh, nee, die kommen. Sie kommen. Den hier auch bearbeiten. So, dann haben wir ein bisschen Luft. Hier schauen wir uns um. Da gibt's nichts. Nächster Raum. Hier gibt's nichts. Da hinten ist noch was. Ne, ist nichts. Dann gehen wir rauf. Einer nach dem anderen. So, da ist noch einer. Aber der ist mir jetzt egal. Wir schauen, wie gesagt, nach oben. Ob's da noch was gibt. Erfahrungsgemäß gibt's oben einiges zu holen. Yeah. Sieht so aus. Wir locken die jetzt an, weil es egal ist. Ich will das jetzt schnell hinter mich bringen. Dann fressen wir nur ein bisschen Medizin. Dann kann ich das hier mitnehmen. Was ist das eigentlich? Böller. Ey, verpiss dich. Verpiss dich. Runter, 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 runter. Na, es sind einige hier. Wir brauchen Medikamente. Schauen wir mal, dass wir was finden. Und hauen wir hier ab. Jetzt wird's mir schon zu heiß hier, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da was zum Hinten kommt. Es ist immer ein bisschen leiser, was jetzt nicht immer gelingt. Hier ist nichts. Nein, Zombie. Gut, solange sie alleine kommen, geht's ja immer. Aber wenn die drei, vier sind, aufwärts, dann sind die schon stressig. Also, nicht ohne. Die Zombies werden immer mehr mit jedem Level. Ich merke das jetzt schon. Und, äh, es ist mit Sicherheit etwas schwieriger. Aber, okay. Das ist halt, das ist in der Sache. Wir haben Medikamente, glaube ich, oder Werkzeug oder irgend sowas. Schauen wir mal, was hier gibt. Wir werden warten. Oh. Ich hab da einen Zombie gesehen. Oh, oh, oh. Ich hasse das. Ich dachte, er sieht mich nicht. Und dann kommt er hier rein, die Sau. Und ich... Ich durchsuche das hier gerade. So ein Scheiß. Ich hab mich gescheit geschreckt. Made. So, was machen wir da? Nullolz brauchen wir weniger. Das können wir... Gut, der Baseballer ist fast kaputt. Dann machen wir das so. Wir nehmen das jetzt. Und das können wir auch mitnehmen. Schauen wir mal, was hier noch gibt. Kommt wieder irgendwas. Scheiße, die haben uns wieder gehört. Aber ich bin ja auch nicht allzu leise. Muss man auch sagen. Wir nehmen den hier. Ja, haben wir wieder so einen Baseballer. Einen geilen. So, jetzt muss ich da nur lebend rauskommen. Oh, oh, oh. Steht schon wieder vor mir. Oh. Hau mal ab. Hau mal ab. Es ist besser. Boah. Ihr Arschlöcher. Oh. Sind gescheit anstrengend. Hauen wir ab, Leute. Hauen wir ab. Rein ins Auto und weg. Zu viel Risiko gerade. Da herumspielen. Das wäre, glaube ich, wenn ich Pech habe, mein Tod. Ich überfahre die jetzt nur. Je weniger Zombies hier sind, desto besser. Hauen wir ab. Die Karre raucht schon. Wir fahren hier hin. Dann müssen wir hier lang. Oh, die Karre raucht schon. Müssen wir reparieren. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss. 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 Vielen Dank.